Ah! Sollte jetzt nicht irgendeine Bezahlung erfolgen? Bezahlung? Oh, ja, ja! Ich habe dieses Geheimnis erfahren, als ich noch jünger war. Das war auf der Insel der Geflügelten... Es reicht mit den Geschichten. Ich hätte sie gern gehört. Ja, schon gut. Kein Grund, gewalttätig zu werden. Du bist doch der Leidwichter, sehr schön. Okay. Oh, mynt. Das. Oh, jetzt hat er ein Schild, guck mal. Oder zumindest hat er jetzt ein Schild da geschüttelt. Ah, jetzt müssen wir da hoch. Das Ding auflösen. Ach, das ist... Also, ich finde es... Ich liebe dieses Spiel, ich weiß nicht, keine Ahnung. Es gibt ja einige von euch, die diesem Spiel auch bei diesem Let's Play hier treu zugucken. Was ich sehr toll finde, übrigens. Und man wird halt mit jeder Episode wieder und wieder belohnt, ne? Könnte ich das ja mal? Ich würde das dann auch mal... Genau, so. Ich würde auch immer abspielt, halt hier wieder. Kommen wir klar da hinten? So. Schluss ist jetzt lustig. Hm, wir müssen das schon machen. Wer fehlt denn da? Da fehlt doch jemand. Ah, warte mal, ich nehme mal die hier wieder. Die ist zwar noch aus einem alten Level. Also aus einer alten, äh... Phase des Spiels. Aber die hat früher ganz gut ausgeteilt. Ah, die ist mittlerweile nicht mehr effektiv. Ah, da wird nichts. So, was nehmen wir an. Ja, komm. Oh, da steckt so viel Detailliebe in diesem Spiel. Das ist echt super. Ah, er kann das. Du bist also mein Magiebrecher. Ja, dann, äh... Danke dir. Jetzt kommen wir den Vorbeug... Äh, den, den, äh... Hier, ähm... Wo müssen wir denn jetzt hin? Was braucht's denn jetzt? Dann gehen wir mal erst nach rechts. Na, da sind wir genauso viele Gegner. Dann schenken wir den halt insgesamt immer ein. Ja, läuft doch gut. Läuft doch gut. Läuft doch gut. Das hab ich noch nicht so ganz verstanden, warum da manchmal die Sprache so, ähm... Englisch mal Russisch. Das ist aber vielleicht zu deren Ding hier. Hallo? Kann mal stehen. Hallo? Kann mal stehen. Uhu. Mal schauen, ob man fast die Küste festpasst. So. Ja gut. Ähm... Wow. Ich bin gut geworden. Das finde ich jetzt sehr geil. Jetzt ist natürlich die Frage... Ja gut. Da ist der auch geil. Haben wir dich, haben wir dich. Haben wir es. Ja gut. Die jingen hier im Wasser. So Elektrizität und so. Tja, da scheppert es im Kaffee Oh, ist ein gutes Team mit dem Rammer Und wieder mal ins Wasser Meerengel Da kommen sie Tolle Soundeffekte Kritt, 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 kritt Boah, jetzt dritten sie uns rein hier, hallo Okay, team mit uns Das hier Eher ungünstig Na was? Ich werde hier drüber Angriff auf die Attacke Ich werde mich ihnen stellen Warte mal, kann ich... ähm... Moment... ähm... Muss ich die Dinge hier machen? Schau mal, der hält hier fest Ah, und da kann ich ihn dann bekämpfen Schaut, hab ich gestert Hier herüber Kein Grund gleich laut zu werden Ich komme ja schon Ich werde mich gemeinsam Ereignisse Ich werde mich in den Schauen Wie hinterlassen Es werde mich Ich werde mich Moment, und... Das macht jetzt weg So, und der nächste auch mal schnell Das ist so schön Na das ist so schön Das ist so schön Das ist so schön Bereit für den Kampf So So Wer braucht meine Hilfe Ich glaube ich habe jetzt gerade ein Talent für Basis Ermöglicht es dem Barden seinen Hund in der schönen Kunst des Kämpfens auszubilden Ne Passt Na schön Na schön Na 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 Ihr braucht mich wieder? Das dachte ich. So. Anstrengend. Ohne Scheiß. Wie verkehrt denn die Reise? Das ist ja eine komplette Episode einmal auf dem Fluss hier. So, da muss ich euch ein bisschen unterhalten wahrscheinlich. Ist ja abgefahren. Wer drückt? 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 Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh... Verlassen. Hier ist es. Wir sind hier. Ah. Oje. Welten, unbemerkt, eine inzwischen ziemlich bekannte Szene ab. Immer wieder durchkreuzt er meine Pläne. Erst Carthbad und dann mein kleiner Liebling. Was für ein Monster habt ihr da für eure Sache gewonnen, Kaylee? Wer ist dieser Barde? Wo habt ihr ihn aufgetrieben? Er ist ein Niemand, Finnick. Ein Reisender, ein einfacher Mann im Kampf für eine gerechte Sache und gegen einen bösen Tyrannen. Die Geschichte kommt euch sicher bekannt vor, nicht wahr? Ihr macht euch lustig über mich. Ein einfacher Mann, sagt ihr? Das kann ich nicht glauben. Er hinterlässt eine Spur des Chaos und der Zerstörung. Kein einfacher Mann hätte erst hören und dann auch noch Luke besiegen können. Aber ihr habt mir dennoch etwas Interessantes verraten. Und das wäre? Das werdet ihr erfahren, wenn er hier ist. Und langsam glaube auch ich, dass er es bis hierher schaffen wird. Ihr gesteht eure Niederlage ein? Das sieht euch gar nicht ähnlich. Ich sage lediglich, dass ich es für möglich halte, dass er diesen Turm lebend erreichen wird. Er muss dann immer noch mit mir fertig werden. Menennen. Der Wind flüstert von Veränderungen, Finnack. Was ist passiert? Hern und Luke sind gefallen. Nur noch wir beide stehen nun zwischen Kaylee und ihrer Freiheit. Dann müssen wir standhaft bleiben. Ja, Menennen. Der Mann, der sich eurem Turm nähert, ist sehr mächtig. Ein einzelner Mann hat Hörn und Luke besiegt? Das ist richtig. Ihr müsst ihn aufhalten. Sollte ich versagen, werdet ihr mich rächen. Das werde ich. Höre ich da in eurer Stimme tatsächlich etwas anderes als Zorn, Finnick? Ihr werdet erstaunt darüber, wie sehr sich ein Mann mit der Zeit verändern kann. Tja, da hat er wohl recht. Macht den das jetzt gerade sympathisch? So, die Freundschaft zu seinen... ...Kreaturen? Zu seinen... Oh, Roxy, was ist los? Was ist denn denn für ein Schmerz? Oh, ich seh nix. Attacke! Ich werde mich ihnen stellen. Was willst du? Ja. Ich habe mich halt ausgewichen. Ja, manet mich. Okay. Okay. Oh, ich seh mal. Okay. Aber ist einfach hier. Ich denke, den werden wir jetzt gerade mal fertig. Ich muss gerade schauen. Ich habe ein bisschen was für jetzt noch, weil dann komme ich gleich wieder nach unten runter. Okay, die sind eh kein Spaß, die Typen. Gut, das speichern wir kurz mal zwischen. Wie wir gelernt haben, ist speichern hier immer, immer wieder Goldwert. Zeit und Goldwert. Okay. Ich fahre mit dem Weg. Okay. Okay. Das war's. Oh Oh Hm 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 Das wollen wir Fertigkunnschaften Aha Und sich immer Wir könnten das komplette Den kompletten Endgegnern nur mit Zauber Also mit diesen Stein zaubern Äh Ja Dann Ab in den Inselturm Guter Seid gegrüßt und herzlich willkommen Das Badenruf hat vernommen Hier seht, es gibt auch anderes Zeug So schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist Dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss Ein Abo, Joden, doch es ist ganz klar kein Muss Es freut mich, dass ihr noch da seid Wenn's schief klingt, dann tut es mir sehr leid Ich weiß, ich weiß, was soll ich nur tun Wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm Glaubt mir ruhig schon viel, was wird getan Getrachter des Lichts, du mein Liebesch und Haar Und falls ihr es bisher echt auskönnt und Haar Dann gehört euch Respekt Und das ist ein Fakt Und vielen Dank Es erfreut mich sehr Schaut wieder vorbei Denn bald gibt es noch mehr Ein Däumchen nach oben Dann gibt's auch einen Kuss Jetzt wird der Blödsinn aber groß Also ist jetzt mal Schluss Also ist jetzt mal Schluss Und dann gibt's auch einen Kuss Und dann gibt's auch einen Kuss